Menschen, Meinungen, Mauldasche. Hit-Radio Antenne 1 präsentiert Baden-Württembergs Kult-Comedian Dodo K. Vereinssitzung vom SV 49 im Adler. So, Tagesordnungspunkt 7c. Triebe auf dem Fußballplatz sind mehrfach Wildschweinspuren im Rasen dringewer. Und die Frage ist jetzt, was man da macht. Was, wieso haben wir jetzt Wildsauer auf dem Fußballplatz? Vor denen an die Jungschen kommen ich nicht mehr ins Training. Ja, also, dass ich jetzt einer meint, das wären gar keine Wildsauerspuren. Sondern ich, der, der mir nach der Vereinssitzung im Suff mit meinem Rasen-Traktor auf dem Fußballplatz rumtrifft. Also, so ist es nicht. Nein, das denkt doch jetzt keiner. Die Wildsauer muss man einfach vergiften. Oder verschießen. Also, warte mal, JJ. Auf keinen Fall krümen wir diesen sensiblen und wehrlosen Tieren auch nur ein Haar. So, da ist Ihr Wildschweinbraten. Wie bestellt frisch geschossen das Vieh? Äh, Sigrid, danke. Aber warum siehst du mich? Ich bin's doch, der Hans-Peter. Ah, ich hab die Arsch gar nicht gekannt. Leid, was machen wir jetzt mit den Wildsauern auf unserem Fußballplatz? Ja, Wildschweine können ja äußerst gefährlich sein. Insbesondere dann, wenn sie gerade von ihren Frischlingen begleitet werden. Oh, jetzt mal mal, der Teufel an Wand. Ich hab Angst. Ja, aber da bringt mich der Dieter doch auf die erlösende Lösung. Na, malt mir droben am Fußballplatz der Teufel an Wand. Und na, hätt die Wildsauern so Angst, dass die gar nicht mehr in unserem Rasen rumwählen. Ja, ich glaub, da möchte und so würd ich nicht was dazu sagen. Jawohl, da wisst ihr euch ja alte Bauerregel dazu. Willst nervige Wildsauern auf einem Fußballplatz, du Verschrecken? Leg ausgewachsene Alligatorer ringsrum enthecken. Jawohl, 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 jawohl.